Servus und grüß Gott zu 17.30, Sat.1 Bayern, live um halb sechs. Ich bin Eva Grünbauer und darüber spricht Bayern heute. Ein schrecklicher Unfall ist heute Morgen in Kössen nahe der deutsch-österreichischen Grenze passiert. Ein Mann aus Traunstein ist mit seinem Sohn zum Skifahren unterwegs, als plötzlich ein Hirsch auf die Straße springt. Das Tier kracht durch die Vorderscheibe und landet auf dem Fahrersitz. Einzelheiten von David Brill und Julia Schenk. Themenwechsel. Es ist fast wie ein Sechser im Lotto, wenn man zurzeit in den größeren Städten in Bayern eine Wohnung findet. Der Wohnungsmarkt ist total überlaufen. Wenn man als zukünftiger Mieter nur den kleinsten Makel hat, dann tut man sich wirklich schwer. Annelena Schuck hat es live miterlebt. Sie hat eine alleinerziehende Mutter bei der Wohnungssuche in München begleitet. Vielen Dank fürs Gespräch. Uwe Brandl, der Präsident des Bayerischen Gemeindetags. Was sonst heute noch wichtig ist in Bayern, hier unser Nachrichtenüberblick. Immerhin mal eine gute Nachricht für alle wie ich, die auch Schokolade lieben, dass man sie ruhig dann essen darf. Vielen Dank fürs Gespräch, Veronique Germscheid, Ernährungsberaterin aus Landsberg. Ja natürlich, nicht zu viel. Dankeschön. Ein anderes Thema jetzt. Wir kommen zur Rente. Ab Sommer 2018 soll die Rente nämlich um 3 Prozent steigen. Das hat die Deutsche Rentenversicherung heute bei einer Tagung in Würzburg bekannt gegeben. Auch die Beitragszahler könnten entlastet werden. Der Beitragssatz sinkt voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent. Endgültig festgelegt wird die Rentenerhöhung für 2018 aber erst im kommenden Frühjahr, wenn die Daten zur Lohnentwicklung 2017 vorliegen. Ja und damit sind wir auch schon bei Menschen, die kurz vor der Rente stehen und damit natürlich auch älter sind. Und heutzutage ist es ja fast schon eine Seltenheit, dass man über 30 Jahre bei der gleichen Firma angestellt ist. Dabei haben die langjährigen und ja auch die älteren Mitarbeiter einen unheimlich wertvollen Erfahrungsschatz. Angela Fischer hat zwei von diesen großen Ausnahmen in Niederbayern getroffen. Ja Mensch und Natur, das ist ein gutes Stichwort für unsere Bayern-Freizeit. Ein Gräberfeld aus der Bronzezeit, Hinterlassenschaften der Kelten, ein römisches Kastell. Ja es gibt richtig viel zu sehen in Künzing in Niederbayern. Wer sich auf eine spannende Zeitreise von der Steinzeit bis hin zu den Römern begeben will, für den hat Niederbayern-Reporter Klaus Kiefer jetzt einen spannenden Tipp für ihre Freizeit, das Museum Quintana. Ja ganz schön spannend, was man da im Quintana so erleben kann. Vor allem für Kinder schön, wenn man die Dinge anfassen kann, so kann man die wirklich gut an ein Museum ranführen. Und das Schöne bei Quintana ist ja übrigens, da können es bei jedem Wetter hingehen. Und deswegen passen jetzt hier die Aussichten für Bayern. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen war, aber bei uns in München war es heute Morgen noch so wunderbar sonnig und plötzlich ab 11 war alles dicht und der Nebel war so ganz dick. Und so war es wahrscheinlich in vielen Teilen Bayerns. Eigentlich wäre es ein schöner Tag gewesen. In der Nacht ist es das war es mit unserer Live-Sendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen dabei sind um 17.30 Uhr. Machen Sie es gut, Servus, bis morgen. Servus, bis morgen. Servus, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.